Hey meine Lieben, heute möchten Snoopy und ich euch einmal zeigen, wie wir es geschafft haben, dass Snoopy keine Angst mehr hat vor diesem Tunnel und wie ein Wahnsinniger da auch durchfährt. Damit euer Hund die Angst verliert, durch diesen Tunnel zu laufen, motivieren wir ihn jetzt dadurch, dass wir immer wieder ein paar Leckerlis in den Tunnel reinwerfen. Wie ihr seht, dreht mein Hund immer wieder um, weil er natürlich weitere Leckerlis haben möchte. Damit wir es jetzt schaffen, dass der Hund einmal komplett durchgeht, haben wir einmal zwei Varianten. Ihr könnt erstmal euren Hund vor dem Tunnel hinsetzen und ihn auffordern, dass er da bleiben muss. Sippie, bleib, warte. Dann hockt ihr euch einmal vor den Tunnel und lotst ihn einmal durch den Tunnel. Komm, Tunnel, fein. Eine andere Variante ist, dass jemand euren Hund festhält und ihr euren Hund dann durch den Tunnel ruft. Snoopy, komm, fein. Fein. So ist es fein, gut gemacht. So, wie ihr sehen könnt, hat mein Hund keine Angst mehr vor diesem gefährlichen Tunnel. Übt es einfach immer und immer wieder mit eurem Hund, dann werdet ihr sehen, dass dieser Tunnel gar nicht so gefährlich für euer Hund ist und er wirklich ganz viel Spaß daran hat. Wir hoffen, ihr hattet jede Menge Spaß mit eurem Hund. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Wir freuen uns, euch weitere Tricks zu zeigen und freuen uns auf euch. Bis dahin. Kommt.